Der 18 Son Goku Trunks. Okay, Trunks ist gefährlich. Der 18 wurde eben auch gefährlich, weil der Gegner wusste, wie man sie spielt, aber ich glaube, der hier weiß es nicht, weil der hat Son Goku im Team. Oh, Schwarz feiert! Der 18 Vorstellung gucke ich mir noch an. Und meine eigene nicht, weil wir haben noch 15 Minuten Redezeit auf der Uhr. Ah, Kacke. Mein C18 Counter. Nein! Nein! Uh, uh. Was? So viel Damage! Crazy Shit. Okay, dann muss ich nicht. Das ganze Ding. Den hatte ich geblockt, das ist Bullshit. Oh Gott, den hab ich verloren. Aber sowas von hart. Da, 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 da kann ich auch mit. Tell nicht mehr zurückkommen. Ja, genau. Bei dem selben Crank, den ich mich gerade gemacht habe, als der Super Saiyan 3 war, hatte ich... Boah, den eigentlich auch gemacht. Oh, Trunks hat noch volle AP, das wird nichts. Ja, war ein guter Lauf. War ein guter Lauf, Cell. Wir haben getan, was wir konnten. Weil wir haben scheiße, sondern in unseren Gegner gelabert und dann hat er mich ungünstig unterbrochen. Und einen Super Saiyan 8 Angriff, äh, Super Saiyan 8, Super Saiyan 3 Angriff getroffen, den er eigentlich nicht hätte treffen müssen. Und dann haben wir verloren.